hallo und herzlich willkommen zurück einer zu einer neuen folge forest yo ich bin wieder da hey hey so wir waren hier genau im weit fliegen blieben aber ich frage mich immer noch hier haben wir alles komplett verändert wir finden ja nicht mehr das katana wieder also wenn ihr das mal gefunden wenn ihr diese fall geguckt oder bis zum anfang sagen wir mal bis jetzt bis zu den zehn sekunden die jetzt gerade sind schreibt doch mal bitte in die kommentare ich bitte euch darum wo ihr das katana gefunden habt ich finde das einfach nicht mehr wieder ich finde es nicht wieder ich weiß in der höhle ich habe sie gefunden keine ahnung ich finde es nie wieder keine ahnung es ist mir ein rätsel ich fände es nicht wieder und ich wüsste nicht wo ich suchen soll ich wüsste nicht wo ich suchen soll keine ahnung ich glaube ich sage ich muss jetzt mal sagen erstmal hier speichern wie viel ich weiß nicht wo ich nur wo ich hier den kann unter der juli auch die bäume hier abreißen sie in der hütte hinbauen fällt mir gerade ein so richtig hier mitten rein können wir aus der hütte hinbauen das machen wir jetzt einfach mal ja ja ich bau jetzt einfach mal eine kleine hütte hier hin ja 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 nehm ich denn alle bäume wenn ich fälle nehm ich würde Wee! So, ich nehme jetzt mal schon mal die hier. Dann bauen wir einfach mal die Hütte hier. Ich weiß nicht, dass das Grundriss schon mal da ist. Ne, aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr diesmal in die Kommentare schreiben würdet, wo man das Katana jetzt finden würde. Ich bin echt ein bisschen überfragt. Ich habe es nicht wiedergefunden. Ich finde es nicht wieder. Hier geht es mir jetzt ein bisschen schneller, was Bäumefern betrifft. Hier liegt noch einer. So. 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 die liegen noch zwei ja so kann man in meinem schnellen baum haus hochziehen die halbe wald weg gerodet hier liegen sie noch ob wir überall hütten gebaut wie gesagt ich suche eigentlich sollte wie sollte video toll wo finde ich das katana jetzt hilfe wo das große katana hin so ist nicht bedunkel ja zehn minuten haben wir noch wunderbar fünf baum stellen wir daraus gekriegt krass ja 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 so zack 56 noch gut sind wir gut dabei ich glaube wir sind die ganze zeit in der visa folge dabei nur wissen diese hütte zu bauen weiß ich aber einfach mal baum hier heute sind das hier einfach alles weg stark von mir ja wie gesagt wenn ihr wisst wo das katana aktuell liegt das wäre mir eine sehr große hilfe die hütte wird so langsam die nimmt so langsam form an hat auch 40 milliarden euro gekostet die unliegenden bäume hier noch die folge heißt holzfäller simulator nee aber wie gesagt wenn du ich hab jetzt schon 10.000 mal gesagt wenn ihr wisst wo es katana jetzt ist würde mich sehr gut freuen jetzt würde mir helfen weil es katana einfach beste ist so ich entschuldige mich noch mal für die aufnahmen als videoaufnahme ist ich nehme eigentlich mit der grafikkarte auf war kann sein dass ihm doch ein bisschen leckte das verstehe ich gerade nicht so richtig weil einfach die qualität von der grafikkarte besser ist so wie viele minuten haben wir noch ich versuche das noch in einer folge ehrlich zu kriegen 37 dinge noch alter wer holz so ein ding einfach mal frisst ne es ist wahnsinn das ist wahnsinn 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 nach hierbei könnte ich auch noch alle fällen ich glaube ich werde jetzt mal alle bäume und dann bauen wir auf um näher wie gesagt immer noch in der schiebort vision also ich schieb nicht aber ich möchte erst mal was ein bisschen was aufbauen wo ich hinflüchten könnte jetzt ich jetzt hier 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 und Alter, wo fliegt er denn hin? Wo fliegt er denn hin? Krass. So. 27 noch. Cool. 27? Gibt das Dach noch? Ja. Wie, haben wir schon alles? Echt jetzt? Was sagt die Uhr? Nach drei Minuten habe ich noch. Gott, das ist schnell. Auf die Zeit noch was zu bauen? Okay, wenn ich jetzt eine schnellere Aix hätte, das wäre Dings. Aber ich finde die einfach nicht mehr. Die sind halt nur in der Höhle. Das ist halt blöd. Naja, man kann ja, man kann es ja nicht ändern. So, wie gesagt, ich baue noch diese Hütte rein und dann beende ich die Aufnahme. Oh, ich nehme 50.000 Jahre. So. 15. Ey, 15 Dinger brauchen wir noch, ne? 15, verdammt. Wir ruhen halt den halben Baum hier, die halben Bäume hier alle weg. Na gut, die beiden noch. 15, verdammt. So. Dann würde ich ja gerne speichern in der Hütte. 10. 10 Loks brauchen wir noch. Wuhu. 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 Ja. Ich glaube das schaffen wir nicht mehr. Aber ich versuche es noch so lange fertig zu bauen und dann wird die Aufnahme beendet. So. Hä, was? Genau 5 Loks brauchen wir noch. Cool. Genau 5 Loks noch. Ja, Timer. Wir warten noch eben. Ja, ja, ja. Man hört den Timer schon klingeln. So. 3. Echt, jetzt muss ich noch einen Baum finden? Echt, jetzt? Oh, nein. So, wir ziehen die Aufnahme noch durch. Ich brauche noch einen scheiß Lock, ne? Oh, nein. Oh, gut. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist so ärgerlich. Okay. Gut. Dann müssen wir halt ansprechen. Wie gesagt, ich versuche jetzt noch irgendwie ein Loks herauszukriegen. Hatte ich eigentlich vor, aber dass einer noch fehlt. So. Gut. So, die ist fertig. Ah, gut. So, ich war, ich beide noch eben vorschlafen. So, und speichern auch noch. So, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Also, ciao mit V. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020